Was ist die E-Mail-Verschlüsselung? Das war auch so die erste Aktion und für länger Zeit auch die letzte Aktion, die ich im Bereich E-Mail-Verschlüsselung getan habe, weil es mir damals schlichtweg an Gesprächspartnern fehlte, die auch im Bereich der E-Mail-Verschlüsselung mitarbeiten wollten. Die Software-Cypher-Mail stammt nicht von uns, sondern stammt von einem niederländischen Entwicklerteam, hatte früher einen anderen Namen gehabt, und zwar der Name, der dort steht, Jigsaw. Darunter konnten sich aber die wenigsten etwas vorstellen, führte auch zu äußerst abenteuerlichen Aussprachen unserer Kunden und Interessenten, die wir festgestellt haben, und das Entwicklerteam hat sich dann entschieden, einen Namen zu wählen, der etwas aussagekräftiger ist, und das ist entsprechend dann Cypher-Mail geworden. Es gibt von Cypher-Mail mehrere Versionen inzwischen. Die haben natürlich angefangen mit einer Community-Version, die entsprechend kostenlos ist, und die Niederländer haben sich irgendwann mal gedacht, Geld verdienen wäre auch keine schlechte Idee, und haben jetzt zwei Versionen herausgebracht, eine sogenannte Small-Medium-Enterprise-Version mit bestimmten Funktionen, und eine Enterprise-Version, in der solche Dinge wie Clusterfähigkeit und sowas auch enthalten sind. Wer sich jetzt Gedanken macht über Preise, mal so eine Hausnummer in den Raum gestellt, die Enterprise-Version kostet pro Jahr 9.500 Euro. Das ist im Vergleich zu kommerziellen Lösungen ein Klacks. Deutlich. So, was haben wir da überhaupt vor uns? Was ist Cypher-Mail eigentlich? Was ist das für ein Stück Software? Worauf läuft das überhaupt? Wie klappt das Ganze eigentlich? Mal grundsätzlich ist nichts anderes als ein Mail-Server. Das heißt, wenn ich hingehe und mir von der Internetseite das Cypher-Mail herunterlade, habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann mir das Ganze als fertige, virtuelle Maschine herunterladen für Hyper-V oder VMware. Das ist dann ein Ubuntu-System. Ich kann mir auch die entsprechenden Debian-Pakete oder RPM-Pakete oder einfach einen Target-Set herunterladen. Die komplette Software ist Java-basiert. Läuft aus dem Tomcat-Server und ich kann die komplette Software über ein Web-Interface administrieren. Das heißt, selbst wenn ich mit der Kommandozeile nicht ganz so viel anfangen kann, Benutzer anlegen, Zertifikate importieren, Netzwerkkonfiguration, kann man komplett über das Web-Interface abwickeln. Es ist ein E-Mail-Gateway. Das heißt, da kommt eine E-Mail rein, PSNTP und die E-Mail wird entschlüsselt, verschlüsselt, weitergeleitet. Es ist eigentlich nicht geplant, dass ein Cypher-Mail-Gateway ein kompletter Mail-Server ist. Wir haben Kunden, die haben gesagt, warum soll ich den zwei Mail-Server haben? Können wir das Ganze nicht aufbohren? Klar kann ich das machen. Wie gesagt, da läuft unten drunter ein Ubuntu-System. Es spricht nichts dagegen, einen POP3-Server, einen IMAP-Server aufzusetzen, mit Klammer V dazu. Irgendeinen weiteren Viren-Scanner zum Beispiel funktioniert. Nun müssen Sie sich dann natürlich darüber Gedanken machen, wie Sie die Ressourcen der virtuellen Maschine oder auch Ihres bestehenden Mail-Servers aufbohren, damit das Ganze funktioniert. Cypher-Mail verlässt sich darauf, dass PostFix installiert ist. Also für die Anhänger von Exim, Q-Mail, Send-Mail oder so, mag das ein K.O.-Kriterium sein, aber PostFix ist erstmal gesetzt. Die Einbindung in PostFix erfolgt als Content-Scanner. Also das, was Sie gegebenenfalls von Amarvis her kennen, dass eine E-Mail hereinkommt, von PostFix in Amarvis weitergeleitet wird, zwecks Anti-Spam oder Anti-Virus, passiert bei Cypher-Mail genauso. An der Stelle kommt dann die Frage, geht dann vielleicht Amarvis nicht mehr, wenn ich ja Cypher-Mail als Content-Scanner eingebunden habe. Nein, ich kann das Ganze kombinieren. Ich würde natürlich als erstes hingehen und eine E-Mail, die hereinkommt, an Cypher-Mail weiterleiten, zwecks Entschlüsselung. Und das, was dann entschlüsselt vorliegt, können Sie weiterleiten an Amarvis und dann wie gewohnt Anti-Virus- oder Anti-Spam-Prüfung durchzuführen. Als SMTP-Server hinten dran können Sie alles verwenden, was SMTP spricht. Ob das ein Exchange-Server ist, ein PostFix, ein Domino oder irgendwas anderes, spielt überhaupt keine Rolle. Hinten dran muss irgendwas sein, was SMTP spricht. Nach vorne, also da, wo die E-Mail herkommt oder wo sie weitergeleitet wird, haben Sie zwei Möglichkeiten. Wenn Sie vorne dran eine Firewall haben oder einen Router, der per Port-Forwarding die E-Mails weiterleitet an Cypher-Mail, dann müssen Sie bei einer bestehenden Infrastruktur einfach nur die Weiterleitung ändern, sprich IP-Adressen und die E-Mails landen bei Cypher-Mail. Alternativ können Sie über das Webinterface von Cypher-Mail auch eine E-Mail-Abholung mit Fetch-Mail konfigurieren. Funktioniert genauso. Wenn Sie zwischendurch Fragen haben sollten, können Sie es ruhig machen. Nicht, dass Sie irgendwo hängenbleiben thematisch. Das kriegen wir schon hin. Aufgaben von Cypher-Mail. Verschlüsseln, entschlüsseln und das Signieren von E-Mails. Signieren von E-Mails steht momentan noch nicht so sehr auf der Agenda. Also wenn wir Anfragen haben, dann ist das hauptsächlich Verschlüsseln, Entschlüsseln. Da herrscht auch immer interessante Vorstellungen. Also es ist durchaus üblich, dass uns gestandene ITler dann um unseren privaten Schlüssel bitten, damit sie uns verschlüsselte E-Mails schicken können. Das finde ich immer ein bisschen bedenklich, wenn ITler sowas machen. Dann ist es häufig so, dass dann Anfragen kommen, ja, wir müssen verschlüsseln. Wir haben gesehen, Sie haben noch was im Angebot, ja. Können wir das einsetzen, ja. Ja, und der Empfänger, der muss sich selber Gedanken darüber machen. Es herrscht bei allen Dingen so die Vorstellung vor, wenn also der Versendende eine Software wie Cypher-Mail einsetzt, dass dann über irgendeinen Zauber, irgendeinen Voodoo die Gegenseite das auch nutzen kann. Ist in bestimmten Rahmen durchaus möglich. Sie werden nachher sehen, eine der Verschlüsselungsmöglichkeiten, die Cypher-Mail bietet, ist eine Verschlüsselung per PDF. Da drin können wir einen Link einbinden, der es Ihnen erlaubt, auf das Web-Interface von Cypher-Mail zu gehen und dort über einen Web-Mailer mit beschränkten Fähigkeiten auch eine verschlüsselte E-Mail zurückzuschicken. PDF verschlüsselt. Nichts mit SMIM oder PGP. Das ist auch die einzige Möglichkeit, die die Gegenseite hat. Ansonsten ist die Gegenseite selber dafür verantwortlich, eine entsprechende Software wie Cypher-Mail einzusetzen oder halt einen Plagieren für Outlook oder Thunderbird zu installieren. Welche Verschlüsselungsverfahren werden überhaupt unterstützt? PGP war nicht von Anfang an dabei, kam erst in einer späteren Version mit dazu. SMIM natürlich. Und bereits erwähnt PDF. Bei PDF sieht es so aus, dass die gesamte E-Mail inklusive der Anhänge in ein PDF gepackt wird. Mit einem Passwort entsprechend verschlüsselt wird und die Gegenseite, wenn sie einen Doppelklick auf das PDF macht, wird schlichtweg nach dem Passwort gefragt und sieht dann das PDF inklusive der Anhänge vor sich. Kommen wir mal zu der langen Liste der Merkmale von Cypher-Mail. Mir ist das ein bisschen langsam heute. Web-Interface. Wie gesagt, da läuft ein Tomcat. Mit HTTPS, mit dem natürlich kleinen Problem, kein offizielles Zertifikat da drin, also es gibt zumindest eine Fehlermeldung, was manche stört, aber zumindest mal habe ich ein Web-Interface. Das ist auch der Part, den wir uns nachher bei der Live-Hoff-Führung noch anschauen werden, damit Sie mal da einen Eindruck von der Oberfläche bekommen. Eins vorweg. Das Web-Interface von Cypher-Mail ist ein gelungenes Beispiel dafür, dass Software-Entwickler bestimmt viel Ahnung haben von ihrer Software, aber beim User-Interface-Design Verbesserungsbedarf noch haben. Sieht halt nicht ganz so schick aus wie bei vielen kommerziellen Produkten. Im Gegensatz zu kommerziellen Lösungen gibt es hier keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der Anzahl von Accounts und Zertifikaten, die ich da importieren möchte oder nutzen möchte. In der Stelle kommt meist also die Frage, wie sieht es überhaupt aus, Performance oder sowas? Brauche ich da jetzt die riesige Maschine, mit der das läuft? Wenn Sie das Ganze als VM herunterladen, haben Sie eine virtuelle Maschine mit einem Prozessor und 8 GB Arbeitsspeicher vor sich. Wir haben einen Kunden, das sind Stadtwerke, die haben im ersten Quartal 450.000 E-Mails entschlüsselt und verschlüsselt durch eine virtuelle Maschine mit 32 GB und zwei Prozessoren. Und die Maschine langweilte sich dabei immer noch. Also es ist relativ schlank eigentlich die Software. Also dafür, dass es Java ist und Java ja häufig so dieses Vorurteil anhaftet, Ressourcenverschwendung zu sein, haben die Entwickler da ganze Arbeit geleistet. Das funktioniert sehr gut. Zum Thema Konfiguration. Die Frage ist ja immer, wie wird überhaupt die Entschlüsselung und Verschlüsselung hier angetriggert? Das Ganze basiert auf E-Mail-Adressen. Wir werden es nachher sehen im Webinterface. Wenn ich Verschlüsselung konfigurieren möchte, lege ich mir dafür ein entsprechendes Profil an, das die E-Mail-Adresse des Empfängers oder des Versenders enthält. Und ich kann für ein derartiges Profil auch festlegen, ob die Verschlüsselung erforderlich ist, ob sie optional ist oder ob keine Verschlüsselung stattfinden soll. Und das kann ich sowohl systemweit machen, ich kann das für eine Domäne definieren oder ich kann das für einzelne Benutzer definieren, wobei hier eine Vererbung stattfindet. Also die Domäne erbt von den allgemeinen Einstellungen und die User entsprechend von den Domänen einstellen. Was heißt in jedem Fall User ist das, das ist das E-Mail-Adresse? Ja, genau. Oder des Versenders. Ich kann beides machen. So, bei Essen habe ich immer das Problem, das ist auch das, was Kunden fragen. Ja, E-Mail, wie sieht es aus, brauchen wir Zertifikate dafür? Ist immer die Frage, wo bekomme ich das Zertifikat her? Gebe ich Geld aus, hol mir ein offizielles Zertifikat? Oder gehe ich hin, setze mir meine eigene CA auf, der keiner vertraut? Gut, wenn ich zum Beispiel BASF heiße, dann kann ich mir meine eigene CA aufbauen und kann erwarten, dass relativ viele meiner Kommunikationspartner gewillt sind, dieser CA zu vertrauen. Für Testzwecke oder so kann ich hier über das Webinterface meine eigene CA auch aufbauen und damit erst mal Zertifikate ausstellen. Das funktioniert. Sie können es auch mischen. Also eigene CA plus offizielle Zertifikate irgendwo dazukaufen. Und gehen hier Lens in Kryptow? Wenn Sie die als Datei importieren können, ja. Dann geht alles. Ein Feature, für das sich bisher einmal eine Polizeibehörde interessiert hat, ist Data Leak oder Data Loss Prevention. Sprich, ich kann hier reguläre Ausdrücke im Webinterface definieren, die, wenn ich einen Treffer habe, eine E-Mail entweder komplett abgewiesen wird oder die E-Mail verschlüsselt werden muss. Ist es nicht möglich, die E-Mail zu verschlüsseln, dann werden sowohl der Absender informiert als auch der Administrator. Nur den klassischen E-Mail oder auch den Attachments? Der verschlüsselt ja die komplette E-Mail. Nein, der Data Loss Prevention. Ja, solange der reguläre Ausdruck irgendwo ein Match hinbekommen kann. Also sprich, wenn es reiner Text ist, wird das ja relativ einfach schaffen. Ansonsten hängt es natürlich von dem Anhang ab, in welchem Format er ist, ob da was gefunden werden kann. Aber jetzt wo wir jetzt explizit der Text schon abhängen, wollen wir scannen, was passiert nicht, sondern es geht auch irgendwo. Genau, es geht einfach durch, ja. Komplette E-Mail-Verschlüsselung, heißt das auch, betreffend nicht? Betreffend nicht, nein. Das geht noch als Klartext. Es sei denn, Sie haben einen PDF. Wenn Sie eine PDF-Verschlüsselung haben, dann ist ja die gesamte E-Mail da drin. Dann bekommt der Empfänger nur die Nachricht, dass er eine verschlüsselte E-Mail erhalten hat. Template-basierte Benachrichtigung. Klar, wenn eine E-Mail nicht verschickt werden kann, weil sie nicht verschlüsselt werden kann, dann sollte man den Versender darüber informieren. Das ist hier möglich, mit einer größeren Anzahl von Variablen auch. Standardeinstellung ist natürlich englischsprachig, aber Sie können das auch wieder systemweit, domainweit oder pro einzelnen User definieren, in welcher Sprache eine Benachrichtigung erfolgen soll. Problem ist nämlich, so ein Gateway hat ja einen Vorteil. Der User muss nichts tun. Der schickt einfach seine E-Mail in Outlook raus, wo das Thunderbird, die E-Mail kommt zum Gateway und wird dort verschlüsselt. Er muss nichts selber in irgendeinem Add-on machen. So, da haben wir das Problem, dass die User irgendwann sagen, ihr könnt uns ja viel erzählen, aber wir wissen ja gar nicht, ob verschlüsselt wird. So, und deswegen kann man optional dann auch im Webinterface Notifications einschalten, dass also der Absender informiert wird, dass eine E-Mail erfolgreich verschlüsselt wurde. Das wollen die User meist so vier Wochen lang, dann sehen sie ein, dass es funktioniert, dann nervt sie und dann schaltet man das wieder ab. So die Erfahrung. Das ist auch umgekehrt so. Die bekommen natürlich eine entschlüsselte E-Mail zugeschickt und sagen dann, naja, eigentlich ist ja nicht unsere Aufgabe, sicherzustellen, dass verschlüsselt wurde, aber wir wüssten schon ganz gerne, dass auch die Kommunikation in die andere Richtung zu uns verschlüsselt erfolgt. So, auch da haben sie die Möglichkeit, dann im Webinterface einzustellen, dass die Betreffzeile nach einer erfolgten Entschlüsselung entsprechend mit einem Zusatz decrypted versehen wird. Das heißt, ich habe als User durchaus eine Kontrollmöglichkeit darüber, ob das mit der Entschlüsselung und Verschlüsselung auch wirklich funktioniert hat. Also, das ist eine Rückmeldung, ob das sie gelesen hat. Ja, das ist davon unabhängig. Es geht einfach nur darum, wenn Sie die E-Mail aus dem E-Mail-Client rausschicken, dass Sie dann natürlich sich da überlegen, hat es funktioniert oder nicht? Also, Sie bekommen die E-Mail nicht zurück, also können Sie davon ausgehen, dass sie zumindest mal rausgegangen ist, aber Sie wissen ja nicht, wurde verschlüsselt oder nicht. Wenn Sie zum Beispiel von der Gegenseite den Zwang erhalten haben, Sie dürfen nur noch verschlüsselt kommunizieren, dann wollen Sie schon irgendwo die Sicherheit auch haben. Und dafür können Sie hier diese Benachrichtigung aktivieren, dass Sie bei jeder erfolgreichen Verschlüsselung eine kurze Info bekommen, dass erfolgreich verschlüsselt wurde. Sieht die aus, ist das ein Puffer-Pensor? Nein, Sie kriegen das normale E-Mail vom Cypher-Mail-System zurück. Ihre E-Mail an, betrefft alle so und so, wurde erfolgreich verschlüsselt. Ist auch ganz praktisch, können Sie dann ja archivieren, dass Sie vielleicht irgendeinem Nachweis schlicht auch nachkommen können. So, das hatte ich schon gesagt, installierbar auf den aktuellen populären Linux-Distributionen. Ich weiß, jetzt wollen einige bestimmt darüber streiten, was so populär ist. Aber wie gesagt, alles, was Debian-basiert ist, also DEB oder RPM, bekommen Sie problemlos zum Laufen. Und wie gesagt, alternativ als virtuelle Maschine. Ganz wichtiger Punkt natürlich. Wenn mal eine E-Mail nicht verschlüsselt werden konnte oder entschlüsselt werden konnte, möchte ich eine Möglichkeit haben, zu kontrollieren, wo das Problem ist. Deswegen hat das Webinterface zwei Möglichkeiten, auf Log-Dateien zuzugreifen. Ich kann sowohl auf die normale Log-Datei von Postfix zugreifen, auch mit Filtermöglichkeiten im Webinterface. Und ich habe auch Zugriff auf die Log-Datei von Cypher-Mail selber. Auch da merkt man, dass die Entwickler halt Entwickler sind und sich viel Mühe damit gegeben haben, Debugging-Möglichkeiten einzurichten. Ich kann Ihnen das gerne zeigen. Für die Debugging-Möglichkeiten von Cypher-Mail selber gibt es 27 Seiten mit jeweils 25 Optionen, wo Sie einzelne Bereiche der Anwendung auf Info, Debugging-Error oder sonst irgendwas stellen können. Also, die haben sich echt Mühe gegeben. Wobei die Erfahrung zeigt, wenn Sie ein Problem haben mit der Software, dann liegt das meistens daran, dass Sie entweder kein gültiges Zertifikat haben oder, was auch ein beliebter Fehler ist, dass Sie bei den Profilen die falsche Einstellung gewählt haben, dass ein Account nicht intern oder extern ist. Und dann klappt das natürlich mit der faire Entschlüsselung nicht. An der Stelle hat mich dann auch immer ein Teilnehmer gefragt, ob es möglich wäre, eingehende E-Mails, die nicht verschlüsselt sind, zu verschlüsseln. Also, sein Ziel war gewesen, dass auf seinem Mail-Server nur verschlüsselte E-Mails liegen. Ja, also, wenn Sie so eine Forderung haben, auf Ihre Sicherheit bedacht sind, klar, dann müssen Sie nur bewusst einen Fehler bei der Konfiguration machen, dann geht tatsächlich die Software hin und verschlüsselt die eingehende E-Mail mit Ihrem P2P-S-Mail-Key-Zertifikat und dann liegt die E-Mail verschlüsselt auf Ihrem Server. Also, wer solche Wünsche hat. Backup-Funktion. Auch hier über das Webinterface komplett konfigurierbar. Der Vorteil bei Cypher-Mail hinsichtlich des Backups ist, alle Einstellungen liegen standardmäßig in einer Postgres-Datenbank. Diese können Sie auf Wunsch auch durch MySQL ersetzen. Aber in dieser Datenbank wird alles gespeichert. Da sind die Benutzerprofile drin, da sind die Zertifikate drin. und das Einzige, was nicht drin ist, Sie dürfen es auch gerne laut sagen. Es hörte sich so an, als wären Sie mit den Ausführungen nicht einverstanden. Ich bin nicht ganz einverstanden. Dann legen Sie los. Ich würde gerne Sie fragen, was machen Sie mit meinen privaten Düsseln? Das ist der Hauptkritik. Das ist nicht die Hauptkritik. Das ist generell die Frage. Wie kann ich Ihnen vertrauen? Ich kenne Sie nicht. Ah, vorsichtig. Ich brauche nicht ein System auf, das nur darauf ausgerichtet ist, Leute abzuhören, Leute dazu zu federieren, dass sie ihre Daten entgegen. Das möchte ich nicht. Die dumme Antwort kommt vorweg. Eine unserer größten Sponsoren ist die NSA. Das war jetzt die dumme Antwort vorweg. und jetzt kommt die richtige Antwort. Sie haben an der Stelle glaube ich eins falsch verstanden. Ich will Ihre Daten gar nicht haben. Ach! Das interessiert mich nicht. Aber es läuft über Sie. Nein. Über wen sonst? Über Sie. Nein. Doch. Es ist. Das ist Ihre virtuelle Maschine. Sie installieren die Software bei sich. Ich will mit Ihrem Keyes gar nichts zu tun haben. Auch mit Ihrer Infrastruktur nicht. Sie laden die virtuelle Maschine runter. Sie installieren sie. Sie konfigurieren sie. Und Sie sind verantwortlich. Ja. Das ist ja entspannlicherweise. Ich sage jetzt nicht, dass das keine Lösung für den Endbenutzer, der eine End-to-End-Verschlüsselung hat. Das ist ja dein Punkt. Das ist keine End-to-End-Verschlüsselung. Das ist eine Lösung. Das ist eine Lösung im kommerziellen Unternehmensumfeld, wo die Kommunikationspartner beide, die gesetzliche Verpflichtung haben, den Austausch der über das Internet erfolgen Verschlüsselung durchzuführen, weil es gesetzlich vorgeschrieben ist aus verschiedenen Gründen. Bei denen gilt, dass es diese Unternehmensumfeld vergisst, sei es in der persönlichen privaten Daten die das Motorenehmensdaten oder der Daten der Kunden die verschlüsselt übertragen werden müssen. Das heißt, die sie jeweils ihr persönliches Lagen als sicher anbieten. So, in dem Land muss nicht verschlüsselt werden, weil da die Sicherheit auch anbehalten, das ist klar und klar. Aber in dem Ende, wo die Daten das Unternehmen die Unternehmensgrenze überschreiten, müssen sie verschlüsselt werden. Und dafür ist dieses Ding da, dass es nicht auf der Daten privat geht, deine Privatschelle zu schützen. Das heißt, es ist nur die Daten beim Übertragung zwischen Unternehmensumfeld zu schützen. Primär anbieten. Er hat natürlich schon recht. Man kann durchaus die Kritik anführen, ob es jetzt begrüßenswert ist, einen privaten Schlüssel auch im Unternehmensumfeld nicht beim User zu speichern, sondern auf so einem Gateway. Das ist durchaus berechtigt. Es ist aber so, man kann durchaus Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Ein kleines Beispiel, ich habe diese Software bei der Polizei in Bremerhaven eingeführt und da war es auch so die Frage, wie kann es sein, dass da jetzt alle Administratoren auf die Keys zugreifen können. Da haben wir es dann soweit getrieben, zusammen mit dem Datenschutzbeauftragten, dass erstens das Webinterface oder das Passwort für das Webinterface hat keiner von den Administratoren komplett. Die Administratoren haben die eine Hälfte, der Datenschutzbeauftragte die zweite Hälfte. Da habe ich denen gesagt, Leute, passt auf, da liegt eine Datenbank. Dann haben wir die auch noch auf eine verschüsselte Partition gepackt, damit also auch keiner mit einem Rettungssystem irgendwie drankommen kann, dann war das Thema für die erledigt. Es gibt, wie gesagt, Kritik ist berechtigt, aber wir müssen auch überlegen, in großen Unternehmen wird der Administrator sich irgendwas einfallen lassen, um halt Keys verteilen zu müssen und so. Das ist nicht der Königsweg, aber es ist eine Lösung für viele Probleme. Von oben, Wacker noch, der spricht gerade, also Sie dürfen sie doch. Da war gerade was. Ja, was ich vorher dazu sagen wollte, das geht auch mit unserer Daten, dass man halt Anländern, die sonst nicht verstehen würden, was genau das ist. oder der letzte Mann zu verbessern, dass man sieben hat, also wie so wird, es geht auch mit denen, dass er noch verrichten kann, ein Flüsse ist. Da muss ich widersprechen, entweder ich mache Verschlüsselung und begreif oder ich bin einfach zu blöd dazu. Also sowohl als auch der GPD, GPD, ist machbar, das machen andere Menschen auch. Jetzt frage ich mich, wieso gibt es bei Ihnen ein Store-and-Forward-Prinzip? Warum wird hier gespeichert, bis entweder Solesig im Pausier-Tex fern- oder entschlüsselt wird? Das verstehe ich nicht. Wie kann ich meine Sicherheit an andere abgeben, ohne dass ich ihnen vertraue? Sie sollen mir nicht vertrauen. Ja, dann muss ich auch alles hier sprechen. Das ist aber alles, das haben wir doch gerade schon diskutiert, wie der Besorger ist vielleicht ausgehalten. Okay. Dann habe ich mal eine Frage, die indirekt auch mit dem Thema zu tun hat. Würde denn jetzt, wenn ein Anwender, zum Beispiel die EDV oder die IT-Abteilung, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aktiviert haben, würde das durch dieses Gateway durchgeschleift werden, wenn man es entsprechend konfiguriert, das nicht verschlüsselt wird? Wenn Sie auf dem Gateway entsprechend keinen privaten Schlüssel haben für die Entschlüsselung, geht die E-Mail durch im Verschlüsselnformat und Sie hätten die Möglichkeit zu sagen, Beispiel Geschäftsführer, der sagt, ich möchte nicht, dass auf dem Gateway der Private Key liegt und irgendwo dann trotzdem im Laden die E-Mail-Unverschlüssel transportiert wird, dann lege ich einfach kein Profil für den an, dann kann das Gateway nicht entschlüsseln und er kann es in seinem Outlook machen. Richtig, ja. Zu dem Thema Backup noch, ich hatte gesagt, das Ganze wird in der Datenbank gespeichert und das ist auch das, was gesichert wird. Eins steht da nicht drin, die Netzwerkeinstellungen. Das ist Absicht, weil ein Upgrade einer solchen Installation läuft relativ einfach ab, Sie ziehen eine zweite virtuelle Maschine hoch, lesen einfach die Backup-Datei wieder ein und haben dann, wie gesagt, alle Einstellungen der vorherigen Maschine da drin. Sie können das in Ruhe prüfen, wenn Sie dann feststellen, ja, sind alle Einstellungen da, müssen nur noch die Netzwerkeinstellungen ändern über das Webinterface und Sie haben ein aktualisiertes Geld, wenn mit dem es weitergeht. Deswegen alles in der Datenbank drin. Thema Lizensierung, wie gesagt, abgesehen von den beiden kommerziellen Versionen. Und das ist, wie gesagt, eines der Vorteile einer solchen Lösung, dass die User, die meisten User kommen damit nicht zurecht, aus solchen Gründen auch immer, dass die halt keine Änderung vornehmen müssen und deswegen auch die Geschichte, die ich gerade angesprochen habe mit der Benachrichtigung, damit die irgendeine Kontrolle darüber haben, dass da was passiert ist. CypherMail hat neben dem Webinterface auch noch ein kleines Menü auf der Kommandozeile. Weil mein Problem ist natürlich, ich starte hier die virtuelle Maschine und wenn ich nicht gerade in die Logdatei meines DHCP-Servers schauen möchte, sollte ich ja zunächst einmal herausfinden, welcher IP-Adresse mein System erhalten hat. falls Sie das jetzt zeitnah ausprobieren wollen, der minderprivilegierte Account bei diesem CypherMail-System ist einfach SA mit sehr sicher genau dem Passwort auch und ich weiß nicht, ob das in der virtuellen Maschine geht. Jemand einen Tipp? Achso, das ist in der VM. Das ist in der VM jetzt drin, ja. Hilft das? Ich habe für mich, er macht da einfach nur einen schwarzen Rahmen rum, oder? Ja. Der Wille zählte. Das ist der Wille, dann können wir das beim Web-Tools und wenn die installiert sind, dann... Das ist bei VirtualBox. Dann VirtualBox-Tools. Ah, okay, danke. Gut. Mir geht es ja auch nur darum, dass ich hier halt die Möglichkeit habe, zu sehen, welche IP-Adresse meine virtuelle Maschine erhalten hat, damit ich da halt entsprechend drauf zugreifen kann. Ich kann auch hingehen und könnte mir jetzt jetzt auch eine Shell öffnen. Zu du es um Minus bin ich root und kann dann entsprechend da schalten und walten sollte ich irgendwelche Funktionen benötigen, die nicht über das Web-Interface funktionieren. Da sind ein paar Sachen hier. Netzwerkeinstellungen kann ich da drin ändern. Backup und Restore. Falls Web-Interface irgendwie verreckt ist oder sowas, dann komme ich da trotzdem noch dran und ich kann die ganze Maschine neu starten und wie gesagt herunterfahren. So, aber da wollen wir uns ja gar nicht so groß aufhalten. So. Man sieht oben an der Adresszahl, ich hatte es erwähnt, Zertifikat nicht vertrauenswürdig. Das Ganze läuft über den SSL-Port von Tomcat. Sie können sich denken, wie das Passwort ist, wenn Sie den Benutzernamen sehen. Sie kennen die übliche Empfehlung, nach dem Login sollte man das Passwort relativ zügig ändern. So, also Hauptnavigation hier oben. Fangen wir mit den interessanten Teilen an. Hier User, weil das ja auch der Punkt ist, wo Sie irgendwas anlegen wollen. Sie können, oder wir haben Skripte geschrieben, dass Sie Active Directory und damit auch LDAP einbinden können, also eine Synchronisation damit erfolgt. Das geht. Das heißt, LDAP und auch Active Directory. Na, da ja beide etwas miteinander zu tun haben, so technisch gesehen, ist das da lieb. Ja. Ja. So, das ist dieses Menü hier, wo ich das Profil meines Users einstellen kann. Auf der rechten Seite sehen Sie die Option Inherit, das heißt, die Einstellungen, die Sie auf der linken Seite haben, werden momentan geerbt von der entsprechenden Domäne. Ich kann das entsprechend herausnehmen auch und kann dann zum Beispiel hier festlegen, die sogenannte Locality. Sollten Sie sich mit Zeitverlänger beschäftigen, das ist einer der beliebtesten Fehler. Nehmen wir an, Input ist die interne Domäne, an die die E-Mails intern weitergegeben werden soll, entschlüsselt. Dann müssen Sie hier auf Internal umstellen. Andernfalls wird Zeitverlänger hingehen und die eingehende E-Mail wieder verschlüsseln. Haben Sie zwar doppelte Sicherheit, weil die verschlüsselte E-Mail, die reingekommen ist, nur mal verschlüsselt wurde, erhöht aber nicht die Lesbarkeit. Mindestens für die meisten von uns nicht. So, dann hier die Möglichkeit festzulegen, möchte ich verschlüsseln? Ja, nein oder gegebenenfalls oder nur, wenn es der Absender möchte und so. Ich habe übrigens hier auch die Möglichkeit einer fallbasierten Verschlüsselung. Sprich, ich kann hingehen und sagen, wenn in der Betreffzahl eine bestimmte Zeichenkette steht, die Sie selber festlegen, nur dann wird verschlüsselt. Auch das funktioniert. Also ich muss nicht festlegen, ja, nein oder immer oder gar nicht, sondern ich kann die Fallweise in Verschlüsselung auswählen. Das heißt, mein Empfänger sieht auch von diesem Internetseite dann zum Beispiel Wolff schlüsselt. Wollen Sie die Frage jetzt selber beantworten? Ich habe die Software bisher schon so sehr gelobt, dass sie, obwohl sie nicht von uns ist, dass Sie die Frage selber antworten. Das können Sie auswählen. Sie können also sagen, die Gegenseite soll sehen, dass ich aktiv die Verschlüsselung ausgewählt habe. Ich kann aber auch sagen, nimm es raus, bevor irgendjemand verwirrt ist, angesichts des etwas ungewöhnlichen Ausdrucks vielleicht, den Sie gewählt haben oder der Zeichenkette. An der Stelle hat die Software in der Tat noch eine Macke. Und zwar, wenn Sie hingehen und sagen, ich möchte als Empfänger das Feature haben, das ich vorhin angesprochen habe, nämlich es soll angezeigt werden, dass die E-Mail entschlüsselt wurde. Dann geht die Software nicht hin und stellt fest, oh, da steht schon Decrypted drin, ich entferne das mal, sondern wenn Sie mit der Gegenseite ein paar Mal kommuniziert haben, haben Sie eine Betreffzeile, die halt wächst als Zeichen der absoluten Sicherheit, die da geherrscht hat. So, wir gehen nicht alle Koppel... Ja? Darf ich jetzt vielleicht doch noch mal ganz dumm nachfragen? Ich beschäftige mich jetzt nicht so rasend mit Verschlüsselung, aber jetzt höre ich gerade von Ihnen, die Software zeigt mir an, da wurde etwas entschlüsselt. Also kommen Sie doch wieder meinen klimatischen Schlüssel. Sie stehen für den Abschluss. Ich habe mit... Ja, da, da, da. Sie verstehen gar nicht. Wir klären das nachher. Ich habe ausreichend Zeit noch, mein Zug fährt spät. Wir können das nachher durchgehen. Wir machen das nachher. Ich habe nachher Zeit. Ich erkläre es Ihnen nachher nochmal. Aber ich kann Sie beruhigen. Ich habe, abgesehen vom Termin jetzt hier, später mit Ihnen nichts mehr zu tun. Aber ich helfe Ihnen vielleicht noch. Warum brauche ich Ihre Anwendung, wenn Sie... Wenn Sie... Ah, jetzt kommen wir der Sache näher. Wenn Sie, wenn Sie einer von den Glücklichen sind, die verstanden haben, wie Verschlüsselung funktioniert, und Sie haben in Ihrem E-Mail-Programm, wie immer es auch heißt, eine Software, oder das E-Mail-Programm kann es selber, Verschlüsseln oder entschlüsseln, dann vergessen Sie es einfach. Vergessen Sie es. Behalten Sie es einfach für diejenigen, den Namen im Hinterkopf, für diejenigen, die das nicht verstanden haben, und denen geben wir damit ein Werkzeug an die Hand, damit Sie sich, seien wir ehrlich, da draußen gibt es jede Menge DAOs, die mit der Bedienung von Word überfordert sind. Die wollen wir jetzt nicht noch mit Verschlüsselung überfrachten. Warum nicht? Die checken es nicht. Glauben Sie es mir. Das ist meine Erfahrung. Da könnte ich Ihnen die Füße wissen. Ne, lassen Sie mal. Es ist... Die Verschlüsselung mit dem PDT, die schön, SMIME und PDF. Ich weiß jetzt nicht, was Verschlüssel PDF. Das müssen Sie mir irgendwie erklären. Setzen Sie... Ja. Setzen Sie LibreOffice ein. Ja, setzen Sie LibreOffice ein. Ich setze auch das ein. Ja, da können Sie ein Dokument... Da kann ich signieren und wenn ich will irgendwie einen Fall verschütteln. Genau, da können Sie ja so ein verschlüsseltes PDF erzeugen mit dem Passwort. Wunderbar. Genau. Doch nicht gut durch Ihre Software. Doch. Doch hier ist Hiberman. Ja, doch. Ja, doch. Versetzen Sie sich in die Rolle eines normalen Anwenders, der mit IT nichts zu tun hat. Für den ist IT einfach ein Werkzeug, das er sowieso nicht versteht. Ja. So, und dem sagen wir einfach, du musst dir ja um Sicherheit, was E-Mail-Verschlüsselung angeht, keine Gedanken machen. Das ist falsch. Ja. Doch. Außerhalb des Unternehmens, dann schliebt die Aussage. Also da, ja, wir sind auf der einen Seite richtig zusammen, wenn Sie sagen, dass vieles ist nicht ablaufen. Aber ich denke, Verschlüsselung verdönt ein kleines Grundwissen. Und wenn ich, wenn ich das nicht haben will, dann gebe ich irgendwas weg von mir. Und das ist ja der Bank, also ich sage Ihnen komplett egal, der jeden Job macht. Ja, das ist so. Es ist einfach so. Das ist das Problem. Darum geht es. Wenn eine Behörde eines Unternehmen, das ist der entscheidende Punkt, nicht um Ihre Persönlichkeitsverschlüsselung. Und als Unternehmen haben Sie ganz ein anderes Interesse. Da haben Sie lauter Mitarbeiter, die gleich die Wissige direkt zusammen die Einheit und wirken sonst. Und da wollen Sie so eine Lösung haben müssen. Und wenn noch andere Lösungen sein, aber das ist eine Idee. Von Idee her, ja. Auch der Punkt hier mit dem Data-Loss, also wenn ich jetzt, ich kann es ja verknüpfen und sagen, wenn Daten rausgeschickt werden, Sozialversicherungsnummer oder sowas in der E-Mail, dass der User sich keine Gedanken darüber machen muss, dass er immer aufpasst oder sie, dass verschüsselt wird, sondern dass einfach das Gateway sagt, okay, hier sind sensible Daten und ich kümmere mich darum als Gateway, als Software, dass die Daten entsprechend verschüsselt werden. Das ist es einfach. So, hier unten dieser Part, also wie gesagt, ich kann hier pro Profil auswählen, soll unterstützt werden, PGP ist mein PDF. Ich habe hier unten dann das Passwort für die PDF-Verschlüsselung und unten drunter noch das, was ich bereits erwähnt hatte, den sogenannten Encryption Subject Trigger, sprich den Begriff, den ich in die Betreffzeile schreibe, um eine fallweise Verschlüsselung zu erreichen. Ja? Und gibt es quasi das System, die ganzen PGP-Keys oder kann ich eigentlich die PGP-Keys dort importieren? Danke für die Überleitung. Finde ich immer gut, dass ich speichere das Profil gerade mal und habe dann bei PGP genau diese beiden Möglichkeiten. Also ich kann hier hingehen, Sie sehen, da steht Create Keyring, ich kann es hier Also ich mache es ja wieder groß. Ich habe da Create Keyring, ich kann meinen PGP-Key hier erzeugen, kann auch festlegen, ob er automatisch auf den Key-Server hochgeladen werden soll oder nicht. Ich kann hier aber genauso gut auch hingehen, bestehende Keys importieren. Genauso wie bei S-MIM. Also wenn ich meine eigene CA hier verwenden sollte, dann sind die ja da und ich kann auch genauso gut, wenn ich mir bei irgendeiner offiziellen CA was erzeugt habe, das hier genauso importieren. Zu den S-MIM-Zertifikaten und PGPs grundsätzlich. Jetzt denkt man sich natürlich ja toll, ich will jetzt mit anderen kommunizieren, die auch S-MIM oder PGP unterstützen. Die muss ich da jetzt bei jedem nachfragen, dass der Key importiert wird. Nein. Wenn die Gegenseite S-MIM-Verschlüsselung unterstützt und das Zertifikat automatisch mitschickt, geht Cypher-Mail hin, nimmt das Zertifikat, importiert das. PGP genauso. Die Verwendung hängt dann davon ab, ob das Zertifikat vertrauenswürdig ist. Sprich, habe ich von der CA das Zertifikat, sodass Cypher-Mail sagen kann, ja, ich vertraue dem, dann kann ich es so konfigurieren, dass das Vorhandensein eines Gültigen S-MIM-Zertifikats automatisch dazu führt, dass eine E-Mail an den Besitzer des Zertifikats verschlüsselt wird. Da muss ich also gar nichts machen. Als Administrator habe ich hier nicht nur die Aufgabe, zwischendurch reinzuschauen und festzustellen, gibt es da drin Benutzerzertifikate, wo das Zertifikat der CA fehlt, da muss ich das halt mir über das Internet besorgen, einfliegen, Thema erledigt. Bei PGP ist es so, dass Sie natürlich entscheiden müssen, ist der Key vertrauenswürdig, ja oder nein. Da ist dann ein bisschen Andarbeit im Prinzip gefragt an der Stelle. Und da gibt es auch keinen Automatismus dann bei PGP. Weil Cypher-Mail einfach da sagt oder die Entwickler, das können wir nicht automatisieren, es gibt kein automatisches Vertrauen, da muss dann entsprechend geprüft werden, ob das wirklich vertrauenswürdig ist. Das heißt, da kommt auch kein Circle of Trust oder irgendwas im Einsatz nach dem Motoren, wenn das Zertifikat von meinem Administrator gibt. Nee, das ist nicht klar. So, schuhen wir da gerade mal rein. Was wird öfter benutzt? Entschuldigung, was wird öfter benutzt? PGP oder S-Mail? Oder ist es so ein Unternehmer-Unfällig? Es ist tatsächlich 50-50. Ja, das ist eine Kostenfrage. Wenn wir auf die Geldwissenserkunden schauen, dann sehen wir da drin häufig momentan natürlich, weil das Thema immer noch nicht in der Breite angekommen ist, viele Zertifikate von Versicherungen, von Krankenkassen und so. Aber, ja, BASF, wie gesagt, die Bundesagentur für Arbeit hat schon vor sehr, sehr langer Zeit gesagt, personenbezogene Daten nur verschlüsselt verschicken. Wobei, die sind da, muss man mal sagen, sehr clever gewesen. Ich weiß nicht, ob sie mit dem Thema betraut sind. All diese Firmen, die die Schulung durchführen nach Sozialgesetzbuch 3, werden von der Arbeitsagentur finanziell relativ kurz gehalten. Das heißt, die haben kein Geld, sich Zertifikate zu kaufen. Und das war der Agentur auch klar. Und dann sind die hingegangen und haben gesagt, wir drehen das Vertrauensverhältnis mal um. Wir laden euch ein. Das heißt, wir schicken eine E-Mail an eine Adresse eines Ansprechpartners und dadurch, dass wir den oder diejenige kennen, ist das Vertrauensverhältnis hergestellt. Das heißt, die akzeptieren auch selbst erstellte Zertifikate. Genau. Und das macht natürlich die Sache für die Schulungsanbieter sehr einfach. Und damit ist in dem Szenario sehr schnell eine Verteilung von Zertifikaten erreicht worden. Ansonsten ist aber wirklich der Punkt, dass viele Unternehmen sagen, wir haben keine Lust, einmal pro Jahr oder alle drei Jahre Zertifikate für Geld zu erneuern. Und dann halt versuchen, auf PDF-Verschlüsselung erstmal auszuweichen oder auf PGP. Ist so. Nein, ist das gleich sicher, oder? Ist vom Fibad das ja auch noch Discs. Ja, wollte ich ganz sagen. Haben Sie heute Abend noch was vor, oder morgen? Das würde länger dauern, glaube ich. So. Philosophie-Fertig. Das auch, ja. Logdatei, Postfix, mit der Möglichkeit, da drin zu filtern. Logdatei von Cypher-Mail, auch hier mit der Möglichkeit, entsprechend zu filtern. Und wie gesagt, die Software läuft unglaublich stabil. Eins des Problems ist meist vor dem Rechner, weil sie das Profil falsch gekonfiguriert haben. Das ist einfach so. Ja. Ja. Ja, also wie gesagt, wenn wir die Anbindung haben an LDAB-Equip-Directory, dann können wir mit den Skripten, die wir geschrieben haben, das in der Tat auch gruppenabhängig machen. Also wenn Sie im ADS eine Gruppe haben, PGP, dann können wir es so einstellen, dass bei dieser Gruppe nur PGP aktiviert wird. Das geht. Aber das sind Ihre Skripte, habe ich vorher richtig. Ja. Die sind nicht von Cypher-Mail. Nein, die haben in der Enterprise-Version können Sie auch mit dazukommen für 900.000 Euro, wie gesagt. Aber, ja. So, dann hatte ich Ihnen gerade noch versprochen, jetzt ist es über drei Minuten habe ich noch, Netzwerkeinstellung, hier können Sie komplett Netzwerk konfigurieren. Wir müssen also nicht auf der Kommandozeile machen. Ich hatte erwähnt, ach, es sind nur 24 Seiten. Das sind die 24 Seiten mit den Einstellmöglichkeiten fürs Debugging. Da müssen Sie normalerweise auch nicht mehr dran. Denn die Fehlenwerte sind so aussagekräftig, dass man eigentlich sieht, worum es geht. Ich springe noch mal zu dem Benutzer, den ich angelegt habe. Ich hatte vorhin erwähnt, diese Templates. Und hier haben Sie jetzt so ein Beispiel für eine Notification, die verschickt wird, wenn eine E-Mail mit einem verschütteten PDF unterwegs ist. und am Anfang haben Sie ein bisschen Arbeit vor sich. Sie müssen nicht alle Notifications übersetzen, meist brauchen wir nur zwei oder drei und dann ist das Ganze entsprechend in Deutsch, Englisch, Französisch, was auch immer Sie haben wollen, verfügbar. Mit Platzhaltern, wie man hier zum Beispiel sieht. Fragen? Ja. Wie sind diese Schlüsselprobleme bei PDFs? Also, so wie ich das verstanden habe, derjenige, der beschlüsselt, muss der einen Schlüssel erst geben und derjenige, der einen Schlüssel zu sehen dann haben. Aber PDF- Schlüsselung ist so, weil ich weiß, zu mir trifft. Ja. Wir zwei unterhalten uns auf einem anderen Kommunikationsweg, Fax oder Telefon, einigen wir uns auf ein Passwort. Wir haben ein Callcenter, das versteckt darüber die Abrechnung. Wie gesagt, das Problem ist, die Gegenseite, auch wenn Sie es vielleicht nicht glauben wollen, hat mit Verschlüsselung nichts am Hut. Das ist so. Doppelklick auf den PDF und Passwort eingeben, klappt gerade noch, aber denen halt zu sagen, ja, hier müsst ihr ein Plugin installieren und dann habt ihr da Keys und so, geht nicht. Ist so. Ja. Was ja auch oft verwendet wird, ist, dass so ein Verschlüsselung uns geht, wie dann das Taschement oder das Mail auf einen Server legt, wo man es dann über HTTPS oder was abholen kann. Gibt es das auch in der Forschung? Wir wollen hier drauf hier nichts speichern. Ja. Und das ist wirklich nur mit dem? Es ist, genau. Weil das löst dann oft das Problem mit dem Shared Secret und so weiter. Ja, nee, das nicht. Nein, wir speichern hier drauf nichts. Was mich noch interessieren würde, also jetzt Firma A kommuniziert mit Firma B und der öffentliche Schlüssel jetzt von den Mitarbeitern der Firma B, also warum werden die dann vorgehalten? Ist das dann einen öffentlichen Key-Server oder wie habe ich mir das dann vorzustellen? Oder brauche ich die bei mir dann auch den öffentlichen Schlüssel? Also jetzt, ich weiß, bei Firma B arbeitet Herr Müller und der hat den öffentlichen Schlüssel, damit ich die Mail dann verschlüsseln kann. Ich brauche ja immer den öffentlichen Teil, der Gegenseite mit verschlüsseln kann und entweder schicke ich das mit meiner E-Mail mit als Anhang automatisch oder ich stelle es halt auf der Internetseite zur Verfügung, wie PGP-Keys auch oder sie machen es wie die Agentur für Arbeit. Da ist es wirklich so, die haben ein Suchformular. Da tragen sie die E-Mail-Adresse des Ansprechpartners ein und wenn es für den ein Zertifikat gibt, dann öffnet die Schlüssel entsprechend, wird es angeboten. Sie können es herunterladen und in ihrer Software importieren. Und da ist es für dich so jetzt nicht? Es gibt einen Auto-Download für PGP zum Beispiel. Das können sie herunterladen. bei S-Mail wird es ein bisschen schwierig. Aber bei PGP können sie es herunterladen, aber man muss immer noch halt sagen, ich vertraue. Das wird gehen. Das Signieren interessiert keinen Kunden. Die denken immer nur an Verschlüsseln. Das hat noch niemanden interessiert, eine E-Mail zu unterschreiben. Also, was ich gesagt habe, seit wir uns mit Cypher beschäftigen, hat es noch nie jemanden interessiert, eine E-Mail nur zu unterschreiben. Die denken immer nur an Verschlüsse. Die assignieren. Keiner. Die Manager, die sich die Mail ausdrücken lassen, unterschreiben. Ja, genau. Ja, genau. Aber ansonsten ist immer nur Fokus komplett Verschlüssel und Entschlüssel zum Thema. Ich möchte schon wissen, wenn Sie mir eine E-Mail schreiben, das ist ein E-Mail-Zertifikat. Bitte? Ich sage dir, wenn Sie eine E-Mail an mich schreiben, bin ich schon dankbar, wenn ich sehe, dass Sie das geschickt haben. Deswegen, ja, deswegen habe ich auch ein offizielles S-Mail-Zertifikat und da schreibt man eine E-Mail. Sollte ich tun. Ich weiß, also, ich bin kein Firmen-Illizzer oder sonst sowas. Ich spreche da ganz blöd als Plananwender. Dann brauchen Sie das eigentlich auch nicht. Dann brauchen Sie die Software eigentlich auch nicht. Nein. Noch dazu. Weil Sie sagen, es wird nicht gespeichert auf der Verschule. Wie schaut das mit den S-Mail-Zertifikat aus? Das habe ich ja aber für sich dann ja immer stehen, wer wann mit dem kommuniziert hat. Kann ich mir das theoretisch wegkonfigurieren, weil jetzt mit der Datenschutzgrundforsorge ich will ja eigentlich zu wenig Logs und zu wenig Daten möglich haben. Kann ich mir das rauskonfigurieren? Dann läuft er sich das log. Thema durch, oder? Damit kann ich tun lassen, was ich will. Und wenn ich dann sage, okay, ich sehe es immer noch im Log von Cypher-Mail, ich kann es ja auch konfigurieren. Ich drehe es einfach runter auf Critical und dann schreibt da auch nichts mehr mit. Das geht ja. Gut. Wenn noch Fragen sind, ich bin noch ein bisschen da. Danke.